da diamante müsste man mal die mitnehmen ich weiß ich könnte jetzt im chat runterscrollen so schauen wir mal nach wie viel das reparieren der spiel mit drei level sind die geringen reparatur level normal bei 1.8 punkt 1 oder ist das nur hier auf inside mein sohn das wäre also wenn das ist dann leute ich nehme nach wahrscheinlich das normales play auf dann stammt dann tue ich will setten also so ist urte fag ist ja geil da so kommt das doch das alles ist mit der neuen da hat man schon mal das play drüber geredet ich hatte mich gewundert was das sein soll und alles klar war also lapis lazuli dazu ist ja geil level drei bitte nicht geplant er kommt zurück ja dann ist ja also dann ist ja dann bin ich wie geil dann werde ich wahrscheinlich jetzt erst mal danach updaten auf 1.8 wenn ich aufnehmen und werde dann später mal gucken ob er da die ob ich da die schädel zurückbekommen für die 1.8 und die ganzen anderen mods die wir da haben level 6 schon okay super das funktioniert klasse level 7 schon alle da reparier ich gleich alle exe mit einem also da brauche ich jemand egal dann wurde ich mit diamanten und dann er ist super geil das gefällt mir ja mega level 9 so level 10 komm gib mir mal ein paar level jungs gib mir mal ein paar level das sieht doch super aus komm gib mir mal ein paar level ja los 1 2 noch hat du auch du willst mit der level geben ich sehe es dir doch an du bist da ganz scharf drauf mir einfach mal dein level ins gesicht zu drücken vielen dank vielen dank für die experience ihr seid die besten ich hab's ja noch nicht gesagt aber ihr seid die besten so bis level 15 mal ich glaube ich mal dann kann ich 5 extra verzaube alter das ist krass ist das bitte verzauber ich gehe mal hoch kostet verzaubern zaubern jetzt auch weniger jetzt auch weniger oder ist das geblieben war mein deutsch schon wieder ähm aber hier geht's ohne lapis irgendwie dann tue ich mir natürlich die da erstmal verzaubern wieder ist da was da mache ich jetzt einfach mal warp bank ja klar okay wo waren die ärzte die ärzte waren in zeiten stockwerk glaube ich ach guck mal jetzt sehe ich auch den ganzen spaß hier okay ich suche aber eigentlich ich suche eigentlich bü hü 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 Glück 3. Es ist so teuer. Ich muss es mir auch holen. So. So, dann gehen wir mal ganz kurz. Wop. Nee, Gutsch. Home. Home. So, jetzt habe ich das Buch natürlich geholt. Da müssen wir jetzt mal schauen. Ich habe da die... Ah, siehst du, ich habe da die Effizienz-Hacke. Ich habe auch die noch. Moment. Ich mache mal meinen eigenen Amboss jetzt mal. Das ist mir zu blöd sonst. Kein Eisenmühl? Ach, das habe ich geschmolzen. Achso, stimmt. Da war ich dabei, das zu schmelzen. Smelting. Oh. Ähm. Ich lege mal ganz kurz den Stein ab. Den wir jetzt hier früh dazubekommen haben. Noch mal ein paar von den Schaufeln. Das ist ein bisschen über... Äh, brauchen wir die auch nicht mehr hier kommen. Ähm. Klack. Eisen. Gold. Und haben wir noch noch Eisen? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann brauchen wir... Einen davon. Ne, drei davon brauchen wir, gell? So. Da haben wir einen Amboss. Und da können wir uns jetzt hier mal ganz kurz... Wo ist denn die Superhacke hier? Die genau die. Mit dem Buch zusammen. Sechs Level. Flipp. Und da haben wir unsere Superhacke. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz die Diamanten durch. Oh, wie geil. Das sieht episch aus. Lolololo. Lolololo. Es ist... Die hier, gell? Genau. Diamanten. 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 Jetzt müsste so kommen. Alle Gegenstände vom Boden wurden gelöscht. Da würde ich kotzen. Super. Dann haben wir jetzt 34 Diamanten. Dann würde ich sagen... Kleinen Moment. Und wir schnappen uns mal hier unsere ganzen Spitzhacken. Die Effizienz 4 haben wir dann noch. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und flupp ist die auch wieder ganz. Und dann können wir jetzt hier die 30 Diamanten reinlegen. Huh. Und dann müssen wir jetzt natürlich... Jetzt müssen wir... Ja, jetzt müssen wir... Ha, ha, ha. Jetzt müssen wir natürlich hier unseren geheimen Vorrat blündern. Den der Vendetta nicht kaputt machen sollte. Deswegen werde ich die letzte Folge nicht gezuguckt haben. Oder zu folgen. Wir hatten hier einen kleinen Vorgang gelegt. Damit wir in der Vendetta nicht auf die Idee kommen. Hey, guck mal da. Rohstoffe hol ich mir. Und dann alles verballert. So, jetzt haben wir unsere Glückshacke. Auch wenn sie recht teuer war. Und dann stellen wir uns mal hier hoch jetzt. So. Und dann geht es hier los. Klack, klack. Super. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Begutsamkeit ist die, die will ich jetzt nicht haben. Ich will jetzt hier die haben. Das wird lustig jetzt. Das ist ja mega geil, Alter. Da muss ich nachher gleich Minecraft aufnehmen. Da hau ich mir aber, wie ich mir deine Wands voll. Da werde ich mir 100 Trillionen Level zusammensparen, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Da komme ich jetzt gerade gar nicht drauf klar. Ich glaube, wir haben erstmal Rohstoffe für die nächsten 50 Folgen oder so gesammelt. Also jetzt, das wird sehr gut jetzt, glaube ich. So, da können wir schon mal, nehmen wir uns mal das Lapis, 15 Stück, aber gucken, was wir rausbekommen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Jetzt muss ich das mal wegbringen. Brrrr, Alter Schwede. Okay, Lapis, Kohle, 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 Lapis, Lapis. Eisen, Eisen, Gold. Ähm, weiter geht's. Wollen wir mal schauen, wie viel... ...Smaragdia aus 7 rausbekommen. Lalalalalalalala. 12. Sieht so ein bisschen aus wie Pokémon-Orbs. Honeyball hat wahrscheinlich so viel Pokémon wieder gespielt, als der jemand gemacht hat. Ja, ja, die, Honey, die. Ich habe mir ja mal geguckt, ich habe mir das Let's Play von Honey mit das Pokémon ja angeschaut, aber... Naja. Ich meine, das Pokémon Let's Playen ist, äh, glaube ich, da muss man... Das Prinzip von Pokémon versteht, glaube ich, jeder und das zu Let's Playen ist, glaube ich, nicht so spannend. Ich habe ja selbst überlegt, ob ich eventuell... Ich hatte mal angefangen, die ersten 5, 6 Folgen Pokémon Gelb zu Let's Playen, damals so ein richtiges Retro-LB, aber... Das wird einem dann so schnell langweilig, wenn man es schon kennt. Da muss man, glaube ich, nur vollkommen neue Editionen haben. Und dann musst du auch wissen, was du labern musst, weil ich meine, Pokémon... Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Let's Play, wo du sagst, Okay, ich mache jetzt das und erkläre, was ich mache. Weil, wer kennt das nicht? Ich meine, jeder kennt das. Selbst die, die keine Ahnung von Pokémon haben, wissen irgendwie, wie es funktioniert. Also von daher, äh, da kannst du nicht erzählen, ja, also der Trank funktioniert so, dass ich das und das mache. Also das... Da brauchst du ja nicht anfangen mit. So, hallo. Ich kann gerade nicht hallo sagen, das ist... Ich grüße dich einfach mal hallo im Let's Play. Du wirst dir das wahrscheinlich eh nicht angucken, aber... Hey, egal. Ich habe hallo gesagt, ich bin höflich. Nein, bist du nicht. Okay. So. Ja, zehn ganzen Spaß hier. Redstone. Ich weiß gar nicht, wofür ich so Redstone brauche dann, aber egal. Auf jeden Fall Lapis, Lazuli haben erst mal genug. Wenn wir das wirklich brauchen zum Verzaubern, dann, äh... Habe ich da überhaupt keine Bedenken mehr. War wahrscheinlich ziemlich dumm, dass wir uns das Verzauberungsbuch gerade gekauft haben. Wir hätten uns wahrscheinlich easy die Verzauberung selber machen können auf dem Buch. Aber na, egal. Die 3.000 habe ich jetzt locker gehabt, so ist es nicht. Ich habe, glaube ich, noch 50.000 oder so gehabt. Ich kann ja mal nachgucken, wenn ihr wollt. Dann schauen wir mal, wie viel Geld wir noch hatten. Okay. So, klack, 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 klack. Hopp, 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 hopp. Und da rieche ich gerade Essensschaden, stürbt mich aber jetzt gerade weniger. Deswegen lasse ich mal ganz kurz mich da ein bisschen beschädigen. Das ist mir jetzt gerade auch vollkommen egal. So, la, 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 la. So, und da essen wir ein paar Schnitze. Wundert mich immer wieder, dass der Server auf einfach gestellt ist. Jetzt haben wir sogar mehr Level dazubekommen, als wir eigentlich ausgegeben haben durch das Ganze. Alter, 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 alter. Guck dir das an. Boah, krass. Nehme ich mal Lapis, Redstone und das. Und pack das mal hier hoch, weil das so dann doch die Erze sind, die man wenig braucht und doch in großer Masse vorkommen. Moment, da haben wir noch ein bisschen davon. Klack. Und da kommen darunter dann die wichtigen Erze. Weil Schleimball auch ein Erz ist, genau. Also, wer kennt das nicht, das Schleimballerz? Äh, Moment, wir haben, das brauchen wir noch, Sand und hier den ganzen Spaß mit dem Ausmaier rein. Wir brauchen auf jeden Fall Lager, das wird sehr schnell hier sehr voll werden. Dann haben wir noch ein paar Zombie-Hände und so'n Spaß. Kommt das mal mit rein? Dann tue ich jetzt auch, komm, das tue ich jetzt einfach mal hier alles hier rein. Das ist mir jetzt auch relativ egal. Dann will ich mal, ich nehme mal kurz ein bisschen Lapis mit. Dann tue ich jetzt mal kurz ein paar Minuten. Dann tue ich jetzt mal kurz ein paar Minuten. Dann tue ich jetzt mal kurz ein paar Minuten. Dann tue ich jetzt mal kurz ein paar Minuten. Dann tue ich jetzt mal kurz ein paar Minuten. Dann tue ich jetzt mal kurz ein paar Minuten. Vielen Dank.